Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fett. Ich wünsch mir wieder GTA 5 Custom Maps zusammen mit dem Hero. Wir hoffen, ihr habt die Weihnachtsfeiertage gut überstanden. Ich hab den Kruse. Wow, ein Scherz. Ist er eh zu Fußparcours. Hoffentlich gab's was Gutes zu Weihnachten. What? Er steigt ab und lässt sein Ding einfach da zurück. Ey, was ist das Neue? Ja, er fliegt runter. Warst du nervös, warst du nicht ausgeholt, oder was? Ja, es war crazy. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so zu Weihnachten geschenkt bekommen habt, Freunde. Ich hab ein neues Mikrofon. Ab der nächsten Folge dann mit einem neuen Mikrofon. Echt? Hattest du das bei Formel 1 schon benutzt, oder was? Nein. Er sagt extra Formel 1, weil er genau weiß, dass das das einzige Ding ist, wo es einmal... Hä? Wie, das einzige Ding? Ich dachte, PUBG auch. Ne, PUBG hab ich ja nicht hochgeladen. Achso! Wie kommt man hier durch? Weiß nicht. Sag ich dir gleich. Ne, keine Schu... Wie? Hä? Oh. Ja. Kann man vielleicht am Rand langen? Ich glaube nicht. Mal drehen oder so. Rollen. Ja, aufzuschlagen bitte. Oh shit. Guck mal, hier so am Rand vielleicht lang, weißt du? Also da hab ich's probiert, da bin ich runtergefallen. Ah! Er ist drüben. Also linke Seite geht, rechte bin ich vorhin runtergefallen. Müsste aber auch gehen, ich glaube ich hab's einfach nur falsch gemacht. Ich bin auf der linken Seite. Alter, ist das... ist das krass. Nein, ich bin trotzdem runtergefallen, ich war schon auf der anderen Seite. Krackscheiße. Äh, ist er runtergefallen oder sieht das wieder nur so aus? Ja, ich glaube er ist runtergefallen. Verpasst du, oder? Ja. Wie soll man das schaffen? Ey, wie der Zoom auch immer ist, richtig geil. Zoom, Zoom, Zoom. Ey. Ich fall irgendwie mal runter. Haha, scheiße. Was ist los? Ach Gott. Er römt durchs Jobschild. Komm ich noch vorbei? Ach, was? Ach, alter nein! Ich komm nicht mehr weg. Er probiert auch durchzulenden, aber schafft das nicht. Jetzt sieht er... Ah, er ist runtergefallen. Bist du schon im Ziel, oder was? Ich bin auch schon wieder runtergefallen. Ey, ist das ein abfuckendes Element, ey. Was wirfst du da gerade? Nix. Was für Schneebälle? Ja. Schnee... Bälle. Oh, ist verpasst er, er steht da schon wieder runter? Ich fall schon wieder runter. Was machst du da? Beim Stoppschild? Ja. Dann müsste er stehen bleiben. Und dann hat er sich rechts runtergepackt. Wo ich mich nicht bewegt hab. Ist verpasst er auch runtergefallen? Ja. Oh, oh. Oh, oh. Ah. Gerade so schafft er es, der da kommt. Er hat kurz einen Sprint eingelegt. So. Ey, du Sonn. Hahaha. Ich hör's schon. Wie es piept, ey. Hm. Freunde, immer wieder gut. Immer wieder gut. Hahaha. Ich wusste es. Ich wusste es einfach. Äh, ne, ne, ne. Wo sparen ich jetzt? Ja, Titi, ich kann nicht mehr beenden. Korrekt. Korrekt. Hahaha. Oh, jetzt sparen ich wieder runter. Ah, ich bin mir kam. Ach, was mach ich da? Nicht mal Fallschirm hat man ihn. Ey. Ach, Mann. Was nerv' ich da? Der Pester hat's, glaub' ich. Ne, doch, ich hab' versucht, dich mitzuhalten. Wo springst du denn rum, Alter? Er fliegt da durch die Map. Bist du da etwa grad mit dem Fahrrad lang? Wird mich verarschen. Nein. Fisch, wie hast du dich dadurch gescheatet? Hahaha. Außen lang. Außen lang. Er lügt eiskalt. Mod-Menü war das. Loll! Was denn? Ich glaub' er hat sich kurz vorher ausmachen. Ey, wenn das an sich nicht immer so kacke wäre. Ach, ich bin... Nein, hat er... Ich komm' nicht dran vorbei. Keine Ahnung, wie man was machen soll. Einfach immer gegen die Wand drücken, dass man genau... ja. Also einfach, in Anführungszeichen. Ah, ich bin hier oben! Oh, ist das gut! Oh, ich hab' den Punkt! Endlich! Oh! Nein! Nein, Mann! Ich will noch nicht spielen! Das ist richtig kacke! Das war ja mega easy! Versuch's jetzt mal auf der anderen Seite! Das war der erste Versuch auf der Seite, den ich da hatte. Was ich mich immer frage, bei solchen Elementen hier, wie schaffen die das mit BMX? Pesterhats. Um die Map zu werden, ne? Wie? Ne, irgendwie auf der rechten Seite sieht echt schwierig aus. Hä? Was denn? Was los da? Nein! Alter! Darauf werdet ihr vielleicht nicht kommen. Wieso das denn? Weil man da was machen muss, womit ich jetzt nicht gerechnet habe, ehrlich gesagt. Kann man sich da nicht irgendwie durchbacken, Alter? Bist du immer noch da? Ja, ich komm' nicht dran vorbei. Wo ist denn das? Geht einfach nicht. Hä? Da unten? Ah, da hinten! Ey! Es geht nicht! Aber wo da? Es geht nicht! Ich bin doch auch da durchgekommen. Ja! Verpesterhats auf jeden Fall. Ah, da! Hä? Hat der getroffen? Ja, du triffst die ganze Zeit. Ich wollt' nicht mal treffen. Ja, ja. Oh klar. Ich hab' ohne wird's vor dir gezielt. No clue. Kein Spaß. Der sieht aber wie gut du zielen kannst, wa? Gut. So. Next try. Ne, das geht nicht. Drück' die ganze Zeit nach vorne, ey. Er fällt. Muss halt wie ein Programmer machen. Vielleicht nur ne andere Waffe. Ich hab' schon extra ne Knarre ausgewählt, weil die kleine es mich dann vielleicht weniger runterdrückt. Da ist ne kleine Knarre rausgelegt. Ne Granate. Ne Granate? Das ist noch ne Idee. LOL! Und der explodiert wahrscheinlich. Ne. Oh, da fährt ein Aufzug gerade hoch in der Mace Bank. Schluck' auf. Ja. So, Freunde. Keine Ahnung, Alter. Kein Plan, was ich da machen will. Wie viele Punkte sonst noch? Zwei. Da oben rennt der Penner. Ja, du siehst wahrscheinlich wieder verpestet. Nein. Ja, dann sieht mich. Seht dich? Kurz vorm Punkt holt er mich. Ja. Richtig, Penner. Hier, guck mal, wo ich jetzt wieder gefreut bin. Wieso? Ich hab ein Fahrrad gerade gehört. Verpasst er wieder hier mit Fahrrad unterwegs, oder? Ey, Unschall. Ich hab vor dich geschaut. Ich wollte gar nicht drücken. Ja, natürlich. Jetzt mach ich. Woher hast du denn, Alter? Hä, wo bist du überhaupt? Hör auf. Ich seh dich nicht, Mann. Ja, hör auf dagegen zu schießen. Ich bin jetzt da. Ich bin jetzt da. Ah, hier. Ich wollt gar nicht treffen. Was? Der trifft nicht? Hallo, hör mal auf. Ne, jetzt mal ernst. Wo bist du gerade? Ja, ich bin da. Aber warum hat er nicht getroffen? Weil ich ein paar Meter davor stehe, du Hexe. Ja, da steht er. Hör auf. Ja, so. Du Lacker, genau das Stoppschild. Hallo, hör jetzt auf. Unfassbares Luck gibt es gar nicht. Was? Der ging vorbei? Jetzt hör mal auf, der Penner, Alter. Ich will es schaffen. Oh, gut, dass ich mich auf die Fresse gelegt hab und da noch nicht war. Oh, gut, dass ich mich wieder auf die Fresse gelegt hab. Oh nein, was? Was? Jetzt lass mich scheiße hier versuchen. Lass mich in Ruhe gehen. Weißt du, du knallst mich ab und nicht auf dich versuchen lassen. Ja, ich hab Angst vor dir, deswegen schrieg mich die ganze Zeit. Alter läuft er da unten. Was soll laufen? Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Geht einfach nicht. Ich bin zu fett. Ich bin zu fett dafür. Ich komm doch nicht rum rum, Mann. Was soll das? Was denn? Ja, ich seh das doch. Wie er da steht. Er schießt direkt schon. Das war jetzt schnell ins Ziel. Ja, schnell im Spiel. Vorsicht. Da kommt's. Nein, ich hab inte zu gefallen. Okay, ich lass es. Hör auf. Nein. Ich fliege. Ich hab dir noch mal ein bisschen mehr Chancen gegeben, ich verpässe dann noch mal geholt. Ja was für Chancen, der ist doch schon längst nach vorbei. Ja, 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 Freunde. Ja, dass du halt näher kommst. Nein, da wollte ich mich beeilen. Und verkackt? Also, ne, ist zwar ein spannendes Element, aber ich hasse es. Nicht noch mal bauen. Ist ja auch keine Map für uns gewesen. Hab ich dich erwischt? Ja. Oh, geil. So macht es dann besonders Spaß, wenn man dann als letzter seit zwölf Minuten an diesem Fick-Ding hängt und dann kommt so ein scheiß Flash an, Alter. Ja, richtiger Penner dieser Flash. Ja, ist wirklich so. Was hast du überhaupt für ne Leggings an, Alter? Ich kann mir das gar nicht angucken. Nein, Alter. Läufst du auch in echt rum? Das ist ne Weihnachts-, ne lange Unterhose, Alter. Ne lange Unterhose? Ja. Ist wirklich so. Oh, Freunde. Bist du im Ziel? Ja. Er fällt da wieder runter. Ey, ja. Er wird noch getötet. Bäm und kommt noch auf, ey. Na komm. Wo ist Verpester? Beendet er das mal langsam? Ne, Verpester könnte beenden, aber er steht wieder rum. Ach, nein. Er ist echt so zwei Punkte vorm Ende. Und da ist nur noch easy. Jetzt läuft er weiter auf seinen Stöckelschuhen, ne? Er hat ohne Zeit gezahnt. Ja, vom Meer, Alter. Läuft er über den Schnee. Ja komm, ich geh nochmal rechts lang. Ich hab echt das Gefühl, dass die Waffe mich so ein bisschen runterdrückt. Und dann drückt er. Und dann drückt er. Und bam, Alter. Ja. Besser wehtun. Kurz. Verpester hat den nächsten Fall. Was ist er denn? Gerade runtergefallen. Wenn man keinen geilen Screenshot haben. Wofür? Perfekt. Oh, ja, ja, ja. Vielleicht ohne Waffen. Einfach so langsam rum. Ich weiß, es liegt auch nicht an den Waffen, aber... Keine Ahnung. Irgendwie... Irgendwas muss man ja versuchen. Ich bin mal gespannt, ob dann Mittwoch der Schnee weg ist. Oder ob wir weitermachen mit den Kasten. Ne, ne, ich glaub der ging doch doch den ganzen Dezember dann immer noch, oder? Ich weiß es nicht, ja. Aber letztes Mal hatten wir doch nicht so Probleme, oder? Ja, sind wir letztes Mal auch so Hardcore-Scheiße gefahren, die ganze? An... An Silvester, klar. An Silvester waren schon ein paar Mips dabei. Er macht sich runter, ey. War fast ruhig. Verpester-cheated wieder, ne? Ja, ist egal. Ich hab's ja beendet. Ja, ich hab's nicht so zu shooten. Da ist er. Wir warten. Ja, den nächsten Punkt. Ich hör das Fahrrad da oben, ey. Da frag ich mich halt bei solchen Elementen, wo er jetzt wieder ist, wie hat er das geschafft? Ey. Also der Mapper-Bauer, ne? Weil da kann man eigentlich nur klettern. Oder halt in den Glide. Vielleicht kommt man in den Glide. Ja, irgendwo ist vielleicht ein Speed, dass man im Glide alle Punkte holen kann. Kann sein. Weil auch das, wo ich jetzt bin, wie willst du das denn machen? Geht's gar nicht. Ja. Also irgendwo auf der Map wird wahrscheinlich irgendwo eine Rampe versteckt sein. Ey. Die Sicht wird anders, weil das Stop-Shirt hinter mir zuführt und ich renne runter. Wer hat das jetzt? Wo ist er denn? Er ist kurz vorm Ziel. Seh ihn gar nicht. Ist er da oben bei den Hotdog-Dingern? Mh, schon ein bisschen weiter noch. Dahinter quasi. Ah, da. Jetzt könntest du ihn sehen. Jetzt ist er am Ziel. Ja, ich sehe. Ach, da ist er. Ja, nice. Bei mir läuft er einfach durchs Stop-Shirt. Jetzt hast du's bestimmt. Ja, das wär's. Der Sniper ist schlecht. Nein. So ist auch schlecht. Freunde, wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei Hero vorbei und schreibt in die Kommentare, was ihr zu Weihnachten geschenkt bekommen habt. Geschenkt bekommen. Habt. Habt. Ist das richtig? Hört sich irgendwie falsch an. Äh, bis dahin haut da rein. Ciao. 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 Ciao.